Den Angriff überleben. Das ist das einzige, was die mir sagen. Muss ich die nun besiegen oder nicht? Das ist ja das, was die mir hier nicht sagen. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Oh, kommst du hier. Oh, kommst du hier. Oh, kommst du hier. Und du hast keine Menschen ngren. Ich glaube, ich muss die alle töten, kann das sein? Ich glaube, ich muss die töten, so viel Muni wie hier rumliegt, glaube ich nicht, dass das Zufall ist. Das heißt, ich glaube, ich liebe dich, ich liebe dich. Ach du Kacke. Ich glaube, ich habe die Muni verschwendet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich muss hier irgendwo lang, kann ich nicht enden. Oh, das ist eine Cutscene. Ich glaube, das ist jetzt das Ende, sage ich mal. Sag nicht, ich hätte einfach nur warten müssen. Jetzt nicht. Sag nicht, ich bin jetzt ohne Grund rausgegangen. Sag nicht, ich habe mich nicht. Sag nicht, ich habe mich nicht utiliz Dollar. Sag nicht, ich bin jetzt. Ich glaube, ich hätte echt nur zeitlich überleben müssen. Naja, weiß man vorher nicht. Keine Likes für Lütschanz. Ich speichere mir mal diese Spielhandlungen. So. Kind? Moment. Meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja. Sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Was ist hier? So, jetzt kommt der Dorfbereich. Den haben wir ja schon mal gespielt in der Demo. Ich weiß nur, dass hier noch ein Dietrichplatz war. Genau. Aber wo hier sonst noch was war? Keine Ahnung. Das ist so lang. Das ist jetzt zwei, drei Wochen her. Keine Ahnung. Fakt ist aber, ich brauche erstmal Muni. Ich habe alles jetzt verschossen, weil ich so doof war. Und ich sage noch, ich verschieße. Wetten, ich verschieße noch genug Muni? Da haben wir unsere Antwort. Zyniker. Verhalten. So, das ist das erste Fragment. Das können wir ja schon mal hier hinbringen. Das kann hier noch aus der Demo. Dementsprechend... Ne, warte mal. Nicht hier hin. Da vorne. So. Achso, jetzt muss ich das drehen. Ich glaube, hier gab es irgendwo Muni. Ich glaube, ich muss erstmal umgucken. Mit dem, was ich auch erreichen kann. Hier fehlt ein Zahnrad. Von da bin ich, glaube ich... Ja, von da bin ich gekommen. Das heißt, ich könnte noch den... Ah ne, hier ist auch nichts. Ich brauche dringend Muni. Ich habe nichts mehr. Doch, zwei Flinden. Vier. Fünf. Die sollte ich mir aber für den Notfall aufheben. Das Gute ist... Wir wissen ja, was jetzt hier an dem Feld vor sich geht. Junge, ich kann hier so viele Zahnräder einsetzen. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey. Was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte. Tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst. Leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Hauptsache die Tür offen lassen würde ich gerade sagen. Ah, Pistolenmonie. Ganz wichtig. Hier fehlt schon wieder irgendwo ein Zahnrad. Irgendwie muss hier eins rumliegen. So, haben wir hier irgendwas drinne? Ja. Da war doch gerade noch was. Achso, das ist zum Schließen. Kommt. Alles gut. Los. Schnell. Wurde aber auch. Zeit. Gern geschehen. Oh. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher. Oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey. Kannst du mir vielleicht sagen, dass du das Tor öffnest? Was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Jemand antwortet. Los. Vater. Hilft mir. Wir müssen ins Haus. Gleich. Gleich sind... Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei... still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen! Hör schon auf! Die sind unsere Freunde! Na los! Rein mit euch! Kommt! Hier lang! Du bist nicht aus dem Dorf! Äh... Nein! Ich bin Ethan! Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen! Ich sagte geh! Ah, hier ist eine Speichermaschine! Ah, hier ist eine Speichermaschine! Ich bin hier! Ah, hier ist eine Speichermaschine! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! An ich bin hier! Ah, hier sind Leute, die anderen warten! Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle rum! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen! Wir hätten es auch ohne ihn geschafft! Komm, Ethan, setz dich! Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopft ihr das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja klar. Sag mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist! Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie, sie kamen wieder! Warte, Luisa! Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein! Er ist draußen! Irgendwo! Er geht Hilfe holen! Ja, ja, das macht er! Er geht Hilfe holen! Ja! Beten wir für ihn, für uns alle. Ja, kommt! Kommt her! Oh, allmächtige, hör'n unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen und dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in der Nuller Nacht erinnern wir uns als Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben, wie im Tod, preisen wir euch, Mutter Miranda! Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet, hab' ich schon mal gehört, von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gaben ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein! Lass mich los! Nein! Nein! Ich werde das tun! Ich werde weg! Lass ihn los! Ich sagte, aufhören! Oh Gott! Es tut mir leid, Vater! Hey! Hey! Das war nicht mehr dein Vater! Es war das Richtige! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Elena, nicht gut! Du kannst nichts tun! Vater! Ach, vielleicht machen wir ein Spätschichtspiel da draus. Jedes Mal, wenn ich Spätschicht habe, zockt man das weiter. Dann kann ich abends den Stream anwerfen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Wie gesagt, jetzt die nächsten Tage geht das nicht. Ich bringe uns hier raus. Uns beiden. Aber dann halt ein anderes Mal. Wir müssen hier raus. Nur so als Info. Ich habe jetzt doch Bock irgendwie. Dann machen wir das jetzt einfach. Spielen wir das im Stream durch. So häppchenweise. So, Autoschlüssel haben wir. Wir haben eigentlich alles Wichtige, oder? Mist. Das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ah, da lag noch was. Ich sehe das gerade links. Eine Muni-Kiste, oder so. Eine Muni-Kiste, oder so. Daneben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deine Atmung. Komm. Es hält. Da. So kommen wir hier raus. Ein Blöck. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein. Bist du... Vater? Elena nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch rum. Nicht bewegen. Los. Nimm meine Hand. Geh. Rette deine Tochter. Elena. Du schaffst das. Nimm meine Hand. Nein. Scheiße. Nein. Ach, Mann. Wieso müssen alle sterben? Wieso müssen alle sterben? Wir sind... Das ist halt noch nicht fair. Diese Synchronstelle fand ich schon in der Demo ziemlich lustig. Warum müssen alle sterben? Ich verstehe es nicht. Was für ein Chaos. Er hinterlässt das Chaos. Aber überall, wo er hingeht. Warte mal, ihr Sohn muss doch noch überlebt haben. Der muss doch auch irgendwo noch rumlaufen. Der hat doch gesagt, Julian, mach dich nützlich. Geh hier raus. Oder wie der heißt. Keine Ahnung. Ich weiß, ob das Julian war. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Lever, was war das? Jetzt sind die auch keine Gegner mehr, weil wir die vorhin schön taktisch geskippt haben. Der Tod, ja, der Tod findet sie alle. So, jetzt können wir mal den Weg zum Schloss laufen. Weil hier hat die Demut das letzte Mal geendet. Der Weg zum Schloss Rhein gab es nicht. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wärst Mutter Miranda gefallen. Ja. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Wie schön. Wie schön. Jetzt. Wie schön. Wie schön. Wann ist denn jetzt auch schon? Wie schön. Wie schön. Wie schön. Du meinst... Er ist wach! Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt, ist, dass er leidet und dafür garantiert... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch! Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind! Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind? Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht! Du musst mir die Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hafer geschreit wäre. Wer ist noch größer? Vielleicht ist irgendwer Platz für dein Ego! Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann... Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid! Ich danke dir, Mutter. Likens und Gentlemen! Danke für eure Geburt. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du da machst, Ethan Winters. Los geht's! Das muss ich wahrscheinlich gewinnen, oder? Ah! Verfluchter Mist! Gut doch! Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Das schon wieder der FPG. Cool, ne Rutschparty! Du lebst noch? Beeindruckend! Oh shit! Shit! Haha! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also wahr! Oh! Du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden! Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show! Hahaha! Geht doch nicht über frisches Handfleisch! Hahaha! Puh, das ist bei random, dass ich das gefunden habe. Warte, haben die vielleicht Rose? Es ist so still auf einmal! Viel zu still! Ah! Hier waren wir vorhin! Ah! 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 Wir könnten halt überall diese Dinger sein, die ich kaputt machen kann! Diese... ...was wars denn? Diese Ziegen da Aber Da habe ich nicht den Nerv zu Wie kommt denn der Fette da rein? Das ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch Ich bin nur ein einfacher Kaufmann Hier? Bitte verzeih mir Nenn mich Duke Nun zum Geschäft Waffen, Munition, Heilmittel Ich habe alles, was man so braucht Soll ich etwas für dich auswählen? Was ist denn das nun? Erhöht die Inventarpläste Zu dumm, aber bei mir wird nicht gefalscht Die Sicherstellung von Waren Schloss Dini Dressen Das muss doch auch aufgehen Da ist doch ein Dings Ah ja Einfach zu schlagen Gibt es hier eigentlich nicht einen Speicherpunkt? Dies wäre doch der perfekte Ort für ein Speicherbuch Die gibt es so selten Ich habe jetzt noch keinen Zweiter gesehen Ge الذي wo der Interesse Ist denn das souter oder wenn ich Das sonst nicht um shoes Was ist denn không Sehr? Chutet Ja, Gott Das war's. Ha, 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 ha. Hähnliches Blut! Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ja gut, die ist genau so breit wie hoch, Alter. Dann zeig mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na Mädchen, erst informiere ich Mutter Miranda, aber später, später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey, hey. Ah! Ah! Was, was ist das? Hört sofort auf! Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Ah! Dschüss! Lass mich runter! Ah! 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 Oh, 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 oh. Sie sind doch völlig krank! So, ich suche nach dem nächstmöglichen... ...nach dem nächstbesten Speicherpunkt und dann machen wir, denke ich mal, heute erst mal Feierabend. Weil Speicherpunkte sind tatsächlich eine Rarität hier in dem Game. Oder hat das Schnellspeichern? Zumindest kommt dieses Ladesymbol oft. Vielleicht hat es auch Schnellspeichern. Wenn dem so ist, machen wir das wie folgt. Gut, ich beende die Aufnahme jetzt an der Stelle. Oder? So... Warte. Ja. 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 Ja.